So, ich habe jetzt aus der Feder sieben Federn entfernt. Ich habe das mal gemessen vorher, sie hatte vorher 100 Kilo. Mit sieben Federn weniger, kurzen Weg, hat sie jetzt über 110 Kilo. Und ich werde es mal probieren, ob das Ding zusammen geht. Ich habe vorhin schon probiert, ging nicht. Aber neue Aufgaben, neue Ziele. Ja! Oh, pui! Schmuck aus dem Mund! Geil! Also schon ein Unterschied. 100 Kilo. Und sie hat über 110 Kilo. Ich hatte bei fünf Regen, war ich bei knapp unter 100 Kilo. Und dann zwei Regen noch raus, sind sieben. Das ist über 110 Kilo. Ich schätze sie auf 115 Kilo ungefähr. Wenn ich das vergleiche mit den Hunderter, mit den anderen beiden da. Die haben ja beide 100 Kilo. Das ist viel, viel schwerer. Brutal! Geh! De... ...de... ...de... ...wa... Ah, yes. Ah, yes. Ah, yes. Ah, yes. Ah, yes. Ah, yes. Ah, yes.